Du bist Gast auf diese virtuellen Party und freust dich auf deine Produkte und fragst dich, naja, vielleicht könnte ich sowas auch mal machen. Dann sag deiner Gastgeberin Bescheid, dann bekommt sie nämlich nochmal extra Punkte dafür, dass du dich auch zu der nächsten virtuellen oder live Vorführung anmeldest. So, was hast du jetzt davon? Und ab 300 Euro Umsatz von deinen Gästen bekommst du zum Beispiel Produkte im Wert von 62 Euro. Das wäre jetzt zum Beispiel dieser Runde Zaubermeister. Du bekommst einen Artikel noch nach Wunsch zum halben Preis und auf deine weiteren Bestellungen 20%. Weiter geht's. Wenn deine Gäste einen Umsatz von mindestens 500 Euro haben, würdest du jetzt zum Beispiel Produkte im Wert von ungefähr 97 Euro bekommen. Das wäre jetzt zum Beispiel der Pizzaroller oder auch der James. Du bekommst zwei Produkte nach Wahl zum halben Preis und auf deine restliche Bestellung 25%. Hast du aber die Jackpot Show, das sag ich immer jetzt ab 800 Euro, dann hast du nämlich jetzt hier Produkte im Wert von 145 Euro mindestens geschenkt. Das wäre jetzt zum Beispiel jetzt der Ofenmeister oder ein Kuchengitter. Dann hast du drei Produkte nach Wahl. Das können Z sein, das können Einzelsachen sein, wo du nur die Hälfte von bezahlst. Und auf deinen weiteren Einkauf 30%. Und wenn du noch mehr haben willst, dass du sagst, die Produkte sind so super klasse, steig bei uns ein. Ich erzähle dir mehr.